Nach unbestätigten Berichten zufolge wird der seit Anfang der 90er Jahre tätige DJ Iceman aus Riedberg in diesem Jahr seine Karriere beenden. Wir werden ihn vermissen. Aber der weiß, dass der in Huten zu müssen. Da braucht man nicht viel zu sagen, ja? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Is it not beautiful to watch the sun rise and see the dark explode with light? It is not beautiful to watch the sun rise and see the dark explode with light? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.